Hallo Leute, herzlich willkommen, falls ihr das erste Mal hier seid. Herzlich willkommen, falls ihr schon wieder da seid. Und ich bin auch schon wieder da. Ich weiß, ich nerve, aber so ist es nun mal, wenn man diesen Kanal abonniert hat. Dann muss man leider auch mal die eine oder andere Analyse verkraften. Wie auch bei Bitcoin sind solche Videos sehr, sehr viel Arbeit. Und es wäre natürlich dann schön, wenn ihr auch hier ein Like und ein Kommentar da lasst für den Algorithmus, damit mehr Leute einfach darauf aufmerksam werden, mehr Leute das sehen, was wir hier alles machen und dann vielleicht auch mal eine andere Perspektive kriegt, so wie jeder einzelne von euch verbaut den Leuten, sage ich mal, einfach die Chance, nicht auch daran teilzuhaben an der Supersache, die wir hier zusammen machen. Viele von euch haben mich gefragt, ob ich denn nicht auch mal eine Analyse für Ethereum machen kann, wie es dort aussieht, gibt es da auch die vier Phasen, wie ist meine Price Prediction. Leute, ich habe dazu schon ein Video gemacht, meine Price Prediction schon abgegeben für Ethereum bis zum Ende des Jahres, beziehungsweise ich glaube ja fast, dass wir bei Ethereum erst im Januar peaken. Diese ist hier oben oder da oder hier, weiß ich nicht genau, eingeblendet. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr technikbewandert. Von daher habe ich sie einfach irgendwo für euch ausgeblendet. Jetzt geht es nicht darum, die einzelnen vier Phasen von Ethereum zu analysieren. Dafür werde ich ein separates Video machen. Jetzt geht es darum, den Weg aus dieser Korrektur zu finden. Und ich habe euch schon im Bitcoin-Video gesagt, hey Leute, aufpassen, auch wenn wir jetzt vorhin hier hochgeschossen sind, 2% im Plus bei Bitcoin, 1% Ethereum, Litecoin, 4,4. Hier, aufpassen, das kann doch nicht alles, das muss doch nicht alles gewesen sein. Warum? Ich habe euch jetzt hier mal wieder, ja, 2017 und 2021 analysiert, nebeneinander gelegt. Mal gucken, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Und dabei ist mir dann doch etwas aufgefallen. Achtung Leute, ich blende euch jetzt das ein und, ähm, ja, guckt euch das einfach mal an und denkt euch die roten Zahlen weg. Ja, ähm, Schlaubi, Schlumpf, dritte Reihe. Was? Ja, genau. Das ist 2017 und das ist 2021. Ja, Leute, das sieht fast gleich aus. Sieht das ähnlich aus? Ja. Ich versuche das jetzt mal einfach hier, ähm, ja. Wir haben hier den Cycle von 2017. 1.5. bis 1.10. Wir sind hochgezogen, leichter Dip, hoch, leichter Dip. Hochgezogen, leichter Dip, hochgezogen, leichter Dip. Und dann ging es vertikal. Und dann ging es vertikal. Runter, hoch, runter, hoch. Dann gab es straight auf die Backen. Eine relativ lange Zeit. Straight auf die Backen. Eine relativ lange Zeit. Und das hier, Leute, das ist der Mid-Cycle Dip. Das ist das Tief, was wir jetzt meiner Meinung nach bereits hinter uns haben. Und dann gab es eine, ja, Strong Recovery. Eine sehr, sehr schnelle, ja, Erholungsphase. Man kann hier sehen, dass das fast ein V ist. Raus, äh, rein, raus. Das hier hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Ja, aber wir sind nichtsdestotrotz sehr, sehr schnell auch wieder herausgekommen. Na, das war sehr steil. Wenn ich das jetzt alles mal wieder herausnehme, dann werden wir folgendes sehen. Wir haben hier in 2017, sagen wir mal einfach, wir projizieren das auf 2021. Hier hatten wir nämlich ungefähr die, äh, 4300. Sagen wir hier, das wären unsere 4300. Dann haben wir diesen Peak hier. Und der war zufällig Anfang September. Na, welch ein Zufall haben wir hier nicht ganz dieses Hoch wieder angelaufen. Was ist denn hier passiert? Äh, runtergekommen, hoch. Und wir haben auch hier nicht ganz dieses Hoch wieder angelaufen. Es sieht genauso aus wie 2017, Leute. Außer, dass das hier, dass die Konsolidierung, dass das hier unten ein bisschen länger gedauert hat. Das hier war sehr impulsiv. So, ich habe das Ganze hier nicht im Kerzenschart gemacht, sondern das ist ein Linienchart. Das sieht man dann einfach viel, viel klarer. Was ist denn dann passiert? Das hier ist unser aktueller Absturz. Das hier. So, wir sind reingekommen. Bam. Dann gab es eine Erholung. Dieses hier. Das habe ich euch auch heute schon im Bitcoin-Video gesagt. Dass es sein kann, dass wenn wir den ersten Dip hinter uns haben, dass wir eher ein paar Tage in eine Erholungsphase gehen und dann nochmal kippen. Wir haben hier ein Dip. Und jetzt gerade sehen wir hier schon, dass wir ein bisschen nach oben kommen. Eine leichte Erholungsphase. So, herunter, Erholung. Jetzt gehen wir zurück auf den Chart. Das sieht hier noch heftig aus, aber ich bringe das euch natürlich jetzt ein bisschen näher, ohne Alarme. So, nochmal. Tageschart. Wir gehen dazu auf 2017. Und 2017 haben wir hier diese Korrektur gekriegt. Nach. Ihr seht hier. Ich bereite das Video schon vor. Hier gibt es auch vier Phasen. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Das ist alles nicht so mal eben gemacht. Wir sehen hier das Hoch. 1. September habe ich euch gerade gesagt. Welch ein Zufall, dass das Anfang September passiert ist. Und zwar sind wir hier in den ersten vier Tagen 32% gefallen im Tief. Merkt euch diese Zahl. 32% in vier Tagen. Wir haben hier aktuell 4 Tage 25%. Genau die gleiche Anzahl an Tagen, aber 7% weniger. Und danach haben wir in 2013 eine Erholung gesehen. Jetzt wieder rüber. Ja, dieses Scrolle tut mir leid, aber es ist nun mal so. Danach haben wir eine Erholung gesehen. Dazu habe ich hier das Fib Retracement angelegt. Das kann man jetzt ein bisschen schlecht erkennen. Aber wenn ich näher für euch rangehe, wird das wohl klar. Hier war das Tief. Nach vier Tagen und 32% Verlust. Dann sind wir hochgezogen. Bis zu diesem Punkt. Maximal hier über das 0,5er Fib Retracement. Und zwar bis hier. Das war zwei Tage nur. Ein Gain von 26%. Zwei Tage 26% über das 0,5er. Zwei Tage 26% über das 0,5er. So. Aktuell sehen wir hier. Zwei Tage 19%. Aufpassen. Wir haben genau die gleiche Zeit nach unten gebraucht. Genau die gleiche Zeit nach oben. Und wir scheitern hier gerade. Am 0,5er Fib. Zufall? Ja, nein. Weiß ich nicht. Aber aufpassen. Solange wir das nicht nach oben hin durchbrechen. Solange wir uns hier unsere Longlinie hier bei 3550 nicht brechen. Keine FOMO. Hier kein reinhauen. Aufpassen. Wir werden heute richtig hin und her geworfen. Wir werden heute richtig schön getriggert. Guckt euch diese Kerze an. So. Vor einer Stunde haben alle gedacht. Oh je. Wir sehen die 1900. Da war der Kackstift in der Hose. Und dann haben wir das hier gesehen. So. Da habe ich die ersten schon wieder tippen sehen. Ja? Mhm. Okay. Ja, in grün den Lambo. Alles klar. Leute, aufpassen. Na? Solange wir das hier nicht übersprungen haben. Nachhaltig. Und hier ist unsere Longlinie. Nix machen. Seitenlinie zugucken, genießen. Also. Nochmal. Tageschart. Vier Tage runter. Zwei Tage hoch. Andere Prozentzahlen. Ja. Aber die Tage sind genau die gleichen. Was ist denn danach passiert? Wir gehen wieder rüber. Und zwar haben wir 2017 danach nochmal heftigst den Tritt in die Nüsse gekriegt. Das war sehr, sehr unlustig. Und zwar sind wir von hier dann nochmal runtergekommen. Nur von hier nochmal runtergekommen. Um 41 Prozent in acht Tagen, Leute. 41 Prozent in acht Tagen. Das ist heftig. Erwarte ich, dass das jetzt auch passiert. Nee. 41 Prozent von hier in acht Tagen scheint mir ein bisschen heftig, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir die hier anlegen und die 41 Prozent nehmen, ähm, in, Entschuldigung, in acht Tagen, da würden wir hier landen, dann wären wir bei genau, bei ziemlich genau 2.100 Dollar. Das scheint mir zu heftig. Ja. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir hier so etwas sehen, genau wie bei Bitcoin. Kann das jetzt schon passieren? Ja. Kann das morgen passieren? Ja. Oder auch erst nächste Woche. Das weiß ich nicht. Aber bereitet euch darauf vor, dass das vielleicht nicht alles gewesen ist. Nicht jetzt reinspringen. Wir haben keine Marke übersprungen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Nicht die richtige Zeit. Jetzt gerade, um schon hier wieder in Euphorie zu verfallen. Aufpassen, Leute. Und wenn wir hier so etwas sehen, ja, das wird dann eine sehr, sehr schöne Kaufgelegenheit für uns. Na, wenn ich das jetzt hier ausblende und ich würde jetzt hier dann eine Linie ziehen, die wird dann entweder hier irgendwo gebrochen oder hier, weiß ich nicht. Aber wenn wir da nochmal einsteigen können, dann können wir uns alle hier richtig, richtig freuen bis auf Dezember. Denn dann können wir nicht nur unseren Familien, sondern auch unseren Nichten, Neffen und den Verwandten 17. Gases richtig schöne Weihnachtsgeschenke machen, Leute. Aber aufpassen. Das war jetzt nur ein Video zu der aktuellen Korrektur. Ob das Ganze vorbei ist, wie tief das Ganze gehen kann und, ja, wie wir da am besten rauskommen. Jetzt gerade noch keine Long-Möglichkeit. Und ich sage euch, aufpassen. Das hier ist doch schon wirklich sehr, sehr ähnlich. Und das sollte uns auch ein bisschen nochmal, ja, ein Mahnmal geben zur Geduld. Denn wir sind jetzt vielleicht gerade mal hier oder hier. Das hier könnte uns noch bevorstehen. Selbst wenn wir hier noch ein Stück heraufkommen, kann uns das hier immer noch bevorstehen. Also Leute, erstmal Seitenlinie zugucken und das Ganze, ja, etwas nüchtern betrachten, sage ich einfach mal, solange wir keine Linie nach oben hin durchbrochen haben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Like, ein Kommentar für den Algorithmus und ein Abo dalassen, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Ansonsten sehen wir uns heute Abend im Bitcoin, Ethereum und Allcoin Update.